Jetzt links rum lenken. Ja, ist richtig. Lenk einfach weiter. Ja, genau. Und jetzt so geradeaus lassen. Perfekt. Ja, genau. Ein bisschen näher ran hier. Genau. Ruhig ran hier. Ja, hier her. Du kannst hier so nah. Ruhig ran. Ja. Genau. Warte mal. Ja, genau. Das geht auch. So. Gut. 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 Ich will den doch mal ein bisschen näher ran haben hier. Jetzt lässt der Wind wieder ein bisschen nach. Ja, der geht mal. Ja, so. Genau. Und jetzt hier so rum fallen. Rechts. Ja, genau. So. Ja. Noch weiter rechts rum nochmal. So. Ja. Perfekt. Perfekt. Und jetzt hier rechts von vorne vorbei. Und rechts. Ja. Super. Ja. Rechts, rechts, rechts. Genau. Mach nichts. Das ist... Lenk hier. Tja. Ja, der reagiert schnell, wenn der Wind kriecht. Und wenn der dir zu schnell wird oder zu sehr auf die Seite sich legt, dann machst du den linken Hebel nach vorne, dann gehen die Segel auf. Ja. 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 Kannst ja mal probieren, was passiert, wenn du den linken Hebel nach vorne machst. Du kannst die andere Hand auf den linken Hebel. Den da. Ich tue ja hier. Ja, ja. Und mit dem hier macht man die Segel auf. Siehst du? Segel auf, Segel ran. Jetzt sind sie wieder ran. Und wenn der sich zu sehr an die Seite legt, dann macht man die auf. So, ne? Wenn der jetzt von hinten kommt. Jetzt machen wir sie wieder ran. Sonst ist gar nicht so schwer, oder? Ja. Ja. Ja.